Der Betzkin, der Betzkin hat versucht zu rennen und hat es nicht geschafft gerade jeden bei dem Typen, der jetzt bei mir ist, ist unser Lobby. Simulaku. Ja, der. Der war, der hat sich so bewegt wie, äh, kein Name. Gibt es den überhaupt? Gibt es keinen. Das ist Joab. Weil der Name existiert nicht. Ein Hut in der Luft, ein Hüt in der Luft. Wo gibt es die Wachen? Noch ein Hüt in der Luft, noch ein Headshot. Noch ein Hüt. Ich hab grad, ich hab grad jemanden Headshot und zwei Hütz gegeben. Von 100 Metern. Ich geh zur Simulaki oder wie heißt. Simulaki. Ich hab keine Wachen. Oh mein Gott, wie gibt's so viele Paletten? Paradies. Ich weiß, Palettenparadies. Digga, wenn ich träume mir, Digga, dann träume ich vom Paletten. Oh, nee. Haha, wenn ich träume mir, Digga. Aber niemals von so vielen, Digga, das ist mehr als ich träumen kann. Wenn du träume mir, Digga, dann träume ich vom Paletten. Oh, also voll ist ein Gegner. Mit diesen Paletten, doch, die ganz viel Metz geben. Beim ist ein Gegner. Schön, schön. Oh, musst du mich stinkfizieren. Musst du mich voll stinkfizieren. Erkennst du nur. Ach so, okay. Du mal wie schlecht das, du mal wie schlecht das. Es ist schlecht. Oh, ich hab hier drauf. Hab noch einen. Hilfe. Vorrichtige Hilfe. Noch ein Hüt. Oh. Oh Maxim! Du schaffst das, ja! Geil! Der war echt schlecht. Oh nein, bei Boxen nur eins! Auch dringende Hilfe! Nein! Er finnest, er finnest, er finnest! Danke, ihr seid Ehemmänner! Danke, ich hab Jagger! In der ersten Sekunde komm ich immer! Danke, Bruder! Dies gar mir und diese Pump auch bitte! Danke! Danke für den Loot! Oben ist auch Loot von Gegner, die ich abgeschlachtet habe! Och, abgeschlachtet! Danke, Leine! Ich konnte die nicht mal umbringen, weil ich schon zu viel Schaden bekommen habe! Ich hab mich nicht gefunden! Ich brauch nicht Hab Jagger! Geh mir einen Mini! Einen! Hat jemand ein bisschen Metz? Wo ist der Palettenparadies-Typ? Kann mir jemand Metz geben? Der ist so süß! Der ist so süß gebührt! Der hat sogar Waffenskill! Ah, er hat den Skill von Crater Code! Guck mal! Den Waffenskill von Crater Code! Der kann auch nicht überspritten, glaube ich! Ey, hol dir auch mal einen Crater Code, dann kann ich den eingeben! Ja, wollen wir noch machen, Digga! Wie gesagt, muss mein Epic Games halt noch ansprechen! Sag dir das mal! Hä, guck mal was er macht! Guck mal was er macht! Ich hab grad getanzt! Und dann hat er auf dieses... dieses C-Hermyn-Mode! Wenn ich einen Affleger, dann auf die zwei! Werde ich allen bekannt geben, dass sie den nutzen sollen, ne? Hallo, please, Metz! Hallo, please, Metz! Da ist man, das sind Paletten! Mann, da! Wo Paletten? Das war so ein Paradiesseger, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, weil es ist so krass. Ja, Box in Mann 1, ja! Okay, danke, Christy! Bitte nicht meine Paletten, so! Simulaki! Ich sag mal Christy! Simulaki, ne? Simulaki, braun! Idiot! Oh, ich bin ja noch richtig besucht! Warum spielst du eine Pistole, Simulaki? Warum bist du so lost? Weil er ne Pistole ist! Simulaki! Besser! Simulaki! Tipo Taki! Was ist das für ein Rucksack? Oh, ich hab'n... Ich kenn' den! Der Rucksack heißt Fahrtrand! Loll! Hab' ich noch nie was gehört! So, ich hab'n den Rucksack noch nicht sehen! Tritt man ab Stufe 20 for free! Echt? Ah, so früh! Warte, ich mach' jetzt hier oben, orangeige Gerechtigkeit! Ich geh' in Wailingwood! So! Hey, wenn du den Crater Code hast, äh, use' ich ihn als Safety! Ja, das ist weg halt! Wenn wir mal einen Crater Code bekommen! Wer hat der 100% Boxingman Bros? Ich geh' dann mal was Kinks kaufen, ne? So ein bisschen... Einkaufen dann... Mit dem Crater Code zusammen! Grüß' mich mal, please! Damit grüß' dich schön aus eingeschaltet aus, was geht! Das heißt, wenn ich auch was kaufe, gebe ich praktisch meinem Bruder auch Geld, ne? Ja! Ja, wir könnten uns aber auch doppelt den Crater Code machen, das wäre noch heftiger! Aber wir hätten beide Crater Code, ja! Ja! Ja, das ist heftiger, als wenn wir einen gemeinsam haben! Ich bin Boxingman, Boxingman 1! Müsst' ihr unbedingt machen! Ja, wenn wir mal eins bekommen! Und es gab die Marken, die haben geschrieben mal, wo ist der Crater Code irgendwas? Und der Crater Code gibt es! Er hat 2800 Abonnenten grad mal! Also geht das! Mit wenig Abonnenten und Craterin! Ey! Gib mir die Weppe! Stop it, band! Gib mir die Weppe! Er zeigt so ein Nein! Über die Bands gibt's den Kanal! Mein Jagdgewerber! Oh mein Gott, Spaß 12! So lang, ne? I'm so un-lucked! Ich hab'n Jagdgewerber! Ich hab'n Jagdgewerber! Ich hab'n Jagdgewerber! Von jetzt krieg' ich's gar nicht auf Nacken! Ich mach' natürlich den Cheat wieder! Die Kiste auf 50 Leben schlagen! Dann kommt immer legendäre Sachen raus! Und wir haben'ne Fistole in Blau! Warte, jetzt mach' ich das! Jetzt mach' ich das! Oh mein Gott, neue Pump hier! Will jemand neue Pump? Ich kann die nicht nehmen! Stapel, gib mir Argo! Ich hab'n Slurp! Wer will'n bisschen Tränke? Wer kommt zum Mars? Ich hab' gar nicht viele Getränke für alle! Braucht jemand ne neue Pump? Braucht ihm! Braucht ihm! Braucht ihm! Ich hab' schon fast 12, also ich bin... Warte, Bigness, Boxi! Simulaki! Bigness! Nein! Warte, nein! Ich trink' nicht! Simulaki! 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 Oh mein Gott, der hat so schlecht! Und check nicht, dass er Minis trinken muss! Oh mein Gott, wie schlecht! Wie schlecht! Bruh! Oh mein Gott, wie schlecht, Digga! Der ist ja behinder schlecht! Wieso habt ihr denn überhaupt Tränke gegeben? So frech können wir auch nicht sein, doch! Ja, aber... Christy, ich hab' für dich Schild! Aber, Bruder! Simulaki! Ich hab' was für dich! Nachher brauchst du selber Tränke, dann hast du nichts mehr, weißt du? Du hast's vorne natürlich! Ja, ich hab' kein Platz mehr! Simulaki! Komm her! Du hast'n Ehrenbignis! Simulaki! Simulaki! Ehrenbignis! Simulaki! 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 Ich kann nicht mal sprinten! Es ist einfach... Digga! Digga! Er läuft gegen Wände! Er läuft gegen Wände! Nimm das Geschenk an! Es... Es geht zu weit! Tränk! Tränk! Das kann man sich gar nicht vorstellen! Mein Gott! Das könnte man sich doch diesen Null vorstellen, weil das auch so war! Aber jetzt, Digga! Ich hab' dem Begnis gegeben! Ich hab' dem Begnis gegeben! Egal! Ich hab' dem Begnis gegeben! Der... Der kann einfach nicht sprinten! Ja? Er ist so... Der will! So, ich geh' jetzt in die... In den Wift! Tschüss! Ich hab' dem Begnis gegeben! Man denkt, das ist ein zweijähriges! Guck' mal! Jetzt hat er Pämpeln! In der Hand. Und weiß nicht, was er damit macht! Guck' mal! Er bewegt sich einfach gar nicht! Ich geh' jetzt zurück! Links, rechts! Ich weiß nicht, was er tun soll! Ich geh' jetzt zurück! Guck' mal! Digga! Dieser Hardcore-Obschritt! Glaubst, er guckt deine Waffen an, sortiert alle so, so. Alter... Guck mal, er baut was. Er hat ne Wand gebaut, okay. Ab in die Zone mit euch aus. Guck mal, er versucht abzuhauen, weil ich ihn die ganze Zeit verbeugen muss. Was ist denn da so lustig zu sehen, was er macht, Digga? Hä? Keine Auton, ja? Nein. Da ist kein Bock auf, wenn die Auton bleibt. Er baut sich so dazu, damit ich nicht weglaufe. Ich hab dich doch zweimal mitgegeben. Ich hab dich doch zweimal mitgegeben. Ich hab dich doch zweimal mitgegeben. Er schlägt mich sogar. Er hat einfach keinen Bock mehr auf mich. Wissen, komm mal her. Und das Auto mit dir rein. Ah. Wir haben ja beide schwarze Schild, ne? Ja. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Oh, er will, dass ich auch mich werfe, damit ich mich selbst umbringe. Oh mein Gott, Digga. Das Ziegel könnte ich geboren. Thanks. Warte, wir müssen aber wieder zurück zu unseren Leuten. Warte, wir müssen aber wieder zurück zu unseren Leuten. Warte, komm mit Simulaki. Was mit Simulaki passiert, weiß ich auch nicht. Warte, komm mal her. Der Arm mit Simulaki, Digga. Er ist einfach so scheiße laut. Aber er hat es geschafft. Oh mein Gott. Oh, das so lost ist. Oh, kommt mal alle zu uns. Wo er nicht mal laufen kann. Wie hat er es geschafft, um uns zu laufen? Alle in die Nähe von uns, Simulaki, auch du. Alle in die Nähe von uns, Simulaki, auch du. Heftig. Oh, danke. Egal, ich hätte fast Simulaki mit der Kammer in der Luft getroffen. Das wär doch geil, dass er 50 Schaden kassiert hätte. Oh. Wer mich abonnieren kriegt, Abo zurück, sagt der Ja. Michael sagt, grüß Moritz, Moritz schön ist eingeschaltet. Er hat gestern mir immer wieder mit, grüß Moritz, grüß noch mal Moritz, grüß noch mal Moritz. Und er hat sich jetzt entschuldigt dafür. Lol, wir sind der Sohn. Boxy, 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 Boxy. Wir können jetzt chillen easy. Bro. Win is am Start. Bro, Bro. Bro, ich hab ein Bigness für dich. Gönn dir. Ich hab Pilze, alles easy. Pilze sind mein Bigness. Simulaki, bleibe in dieser Karten. You can. Ich hab hier neue Waffe. Ich bin jetzt auf jeden Fall ausgeschnitten. Ich hab die echt schlecht. Meinst du? Ja. Die kann nur um die... Dann von Dinger aiming und so und schießt auch schnell. So. Du darfst so zweimal schießen und dann schießt das dich mal schnell. Guck. Wenn du zweimal schießt, dann schießt das dich mal schnell. Und dann hörst du auf. Oh, ich hab dich vom Dinger ein geiler Anfall. Das ist genau so als wie bei Call of Duty. Äh, das ist jetzt morgen, Digga. Ja, aber das Teil ist echt nicht gut. 86er Headshot. Hm. 43er Shot. Hm. Das ist der Sniper. Das ist komisch irgendwie. Ich bin schon gespannt, wo die letzten sind, ne? Ich nehm auch gleich die Spezialisten von Christian. Kann ich gleich auch nehmen. Du hast bestimmt Funkelspezialisten, ne? Ja. Das musstest du haben. Sollen wir mal gleich das machen? Beide. Das Gegner auf 30 hier oben. Hier. Bei den Baumen. Bei den vielen Steinen. Hast du's wirklich gesehen? Bei den vielen Steinen. Real Talk. Okay. Da können wir mal direkt die neue Waffe ausprobieren. Let's go. Real Talk. Brian schreibt Lama. Ein Hit. Mit der neuen Waffe. Noch ein Hit. Noch ein Hit mit der neuen Waffe. Bin doch jemand, der Granatenspezial ist. Noch jemand? Bomba, bitte Einsatz. Der Typ vor mir. Der Typ vor mir hat nicht mal viel Leben. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Einer, zwei. Weiß. Oh Gott. Ein Hit. Mit der neuen Waffe wieder. Ich bin vor den Gegnern. Er ballert mich an. Ich hab kaum. Hilfe. Digga, ich trifft ja gar nichts damit. Help. Noch einer. Ich bin da. Bin da. Bin da. Bin da. Bin da. Bin da. Ich fusche, bin ich. Okay. Er hat kein Schlitt mehr, glaub ich. Okay, jetzt hat er... Er ist recht. Okay. Wo ist der? aber ich brauche mal eine gute weil ich habe nur diese graue hier hier kommt er hier ist nicht so eine Waffe zu holen du musst dich da oben schieben da sind keine Gegner mehr der ist immer noch ist einfach so los ich hab zweimal Taschenwürft ich hab zweimal Taschenwürft ey warte darf ich reden ich hab zweimal Taschenwürft ey ok ok da ist ein Gegner die haben sich so gut gekreilt sehen jetzt nicht schlecht aus wenn wir den wenn wir das Team angebracht haben haben wir praktisch gewonnen weil da nur noch zwei Leben oder so ja wo sind die denn ich sehe die ah da das ist in der Kette hat jemand noch ein bisschen Granaten Muni Granaten Muni ich hab 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 sieben weil ich hab Paketenwürft ich hab sieben äh ich mein Granatwerfer sorry ok warte ich hab die mal ich hab was richtig fühlen äh komm einfach den Berg hier nicht hoch so los bitte die letzten Gegner kommt her die sind hier ein Hit ein Hit wieder egal als ob du dich so getroffen hast mit der Warschel ich treff gar nix mit dir Boxingman ich hab Minis bist du öfters zu benutzen immer öfter benutzen da wird's irgendwann gut lass mal gleich Thrift benutzen und dir das Pulschen dann machen sie Platz auch Minis kann ich nicht gebrochen aber ich bin trotzdem nicht ok ich darf's da liegen du bist schon vorne ok komme ich weiß gar nicht dass du schon vorne bist und ihr pusht einfach so ok 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 brauchst du Raketen? ja ich hab 12 Euro 1 Minuten hallo ich kann jetzt noch mal mitnehmen ich hab die Mathe zwei Hits gegeben mit der neuen Waffe noch ein noch ein Hit noch ein Hit mit der neuen Waffe Bruder die sind richtig auf richtig wenig diese Lust der eine ist so lust dein langer Feuer waschi hab ein hab ein hab ein weiß bei mir sind beide Hilfe hab noch ein Granaten hab ihn nein granaten sind halt einfach geil also zwei mit Granaten oh ich hab wieder Leben ich hab wieder Leben geil noch zwei noch zwei da ist ein Jagger ich hol mir den einer einer warte achten wir ich hab drei Hits gegeben drei Hits hab ihn ich hab ihn ich hab ihn geil easy win warum sollen wir ihn nicht achten weiß